Hallo liebe Community, wir sind als Sir Roderick, der super coole obergroße Bruder von der kleinen Talia hier. Ein Held, ein Held, ja! Fuck yeah! Ja man, komm schon, Schabos wissen wer der Babo ist, du stehst wieder auf! Ja! Warum hast du das gemacht? Ich lasse niemanden dich so sehen. Das stimmt. Alles in meiner Scheibe. Danke dir, Talia. Ja, smiley, 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 ja! Ja, smiley, ja! Steh wieder auf! Das ist es! Kann man dir nicht ne Krücke geben oder so, oder? Okay, Rollstühle gab's zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, der, der verschollt... Ich bin so glücklich, zu sehen, dass du hier oben bist. Ja... Doch, ich glaube, du findest, dass vieles verändert hat. Nein, 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 nur weil der coole kleine Eason jetzt... Schöne, der beste Charakter bisher, mimimi. Ja, geil, es geht an die Wall wahrscheinlich endlich. Ja, mit Garrett, Garrett Tully. Tattel, Tully, nicht so ein Tattel. Ich habe viele coole Items in meinem Inventar. Castle Black. So, this is the seat of the Night's Watch. Ist es dir nicht ein bisschen sehr kalt? Ja, Garrett Tuttel. Ja, er hat ja schon... ... Episode 1 direkt am Anfang gezeigt, was er kann. Einander für Frostfinger? Auf einem Hohen, nicht mehr. auf geht's richtig aufs Maul gibt es hier schön aber ich hab das Gefühl dass die hier im gezeichneten etwas besser gerüstet sind als in der Serie wir kommen müssen Schubser dass ich mich auch nicht aus der Fassung Sokett was Bild bei Giants Janu hier zu zeigen abort ja dann mal hin da auf geht's er kostet ein Babbelsohn da sagt uns neue Rekrutsche sind alle sterben aber nicht lassen sie dich schocken Das ist nur dieser Weg. Du siehst gut. Das ist nicht so gut hier. Was ist in diesen Brüllen? Es ist Pich. Du siehst es auf die Wälder und es wird die Wildlinge zu ihren verdammten Bohnen verbraten. Wie kann ich das nutzen? Oh. Es ist warm. Tja, was mich so ein bisschen abfuckt, ist, dass sie natürlich hier auch alle irgendwie im Zölibat leben, was ein bisschen Braindead ist für so eine Gruppierung. Aus Kriminellen! Okay, ja, nicht nur Kriminelle. Ich bin Garret Tuttle. Nöte zu Duncan Tuttle, Castellan von Eimrath. Garrod Tuttle, ein Lücher von Eimrath. Wie ist ein Kastellan's Nöte, der sich selbst sendet auf die Wall? Du ein Thief, ein Räper. Du verabschiedst deine Post. Ich töte die Menschen, die meine Familie verletzten. Dann wissen Sie, wie zu kämpfen, am besten. Und Sie sind kein Lücher, auch. Sir? Das finde ich gut. Das gefällt mir. Ja, Sir. Jetzt, wir beginnen deine Training in der Morgen. Für heute braucht ihr einen Kuss und einen Kloch. Gib mir eine Waffe. Komm, gib mir eine Waffe. Ich mach kalt, was immer man mir sagt. Ich mach die alle Fälle. Oh Mann, ey, bringt doch nicht alle netten Charakter um. Mann, ey, einfach Schnauze halten. Sorry, das mit Eason, das fuckt mich immer noch ab. Das war so ein cooler Charakter und die werden einfach immer alle kalt gemacht. Ja, für unsere Freunde aus White Hill nur das Beste. Hä, es sind nur 20 Mann. Wenn man will, macht man die einfach platt. Let's just get to the Great Hall. You know what else? No fucking wine. Well, there must be wine in the cellars. DeGaugh has locked them up tight. Just like his own cunt. Blah, 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 blah. Yeah, 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 yeah. We have business in the Great Hall. Heh. Ich bin... Ich bin so ein Babel. Move aside, soldier. I'm quite comfortable, thank you. And I don't think you are gonna make me. Hallo. Du bist hier nicht ne Besatzungstruppe. Beweg deinen Arsch. I wonder what's weaker. Your legs. Or this house. Move. Now. Ich bin nämlich eine antisoziale Persönlichkeit. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich mag... Ich mag... Ja, so ist es nice. Roderick. Alter, ihr könnt euch nicht alle an ihm festhalten. Jetzt bringt ihn doch einfach mal zu diesem Sessel da hinten. Gibt ihm ne Decke. Ein Glas Wein. Und alles, was sonst noch irgendwie gut für einen ist. Auf geht's. Hin zum Thron da. Na... You should have told us the Lord needed help. It's good. It's good to see awake, Lord Roderick. We didn't expect you so soon. The maister said it would be weeks before you were walking. If you walked again at all. Wir sind halt nett und ehrlich und freundlich und deswegen kriegen wir aufs Magen. Richtig. Keine Appliierten? Ja, er hat zu heiraten. Echt, was schön ist. Bisschen Fröhlichkeit. Ja, heiraten. Ja. Ja. Ja man, so ist das richtig. Das klingt sehr falsch. Ja. Das ist ein Mittelweg. Betrunkene Menschen neigen eher dazu aggressiv zu sein. Und deswegen lassen wir das. Ja. 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 Ja, Ethan. Mensch. Schnüff. 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 Dreimal Schnüff. Ja. 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 Ich will nicht zu nett zu den Charakteren sein. Sonst gewöhnen wir uns nur an sie. Und wenn sie dann sterben, sind wir umso enttäuschter. Ja. 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 Ich finde das schön. Die Geschichte ist richtig schön um die Serie herum geschmiegt. So, sehr, sehr schön. Alles fließt mit der Geschichte der Serie. Ach, das ist schön. Yay! Die ist auch nett. Die sind alle nett. Die bringen uns alle um. Lady Mirror ist tot. Am Ende dieser Folge hier. Ja! Du hast ja bisher nichts erreichen können. Du hast ja gesagt, dass ich die Glenmores behebte. Forgive my mother. She doesn't see the harm in what she does. She's not entirely wrong. A letter from me could encourage the Glenmores to honor the betrothal. But it wouldn't be very discreet you'd be forcing their hand. That isn't the way I do things. You pushed me before and you saw the results. I'm sure your brother can secure the marriage on his own. I'd better get going. Mirror, we'll talk more later. Wir dürfen, Marjorie, nicht hintergehen. Und das werde ich hier nicht zulassen. If Lady Marjorie wrote a letter... Yeah! Nein. Nein, nein, nein. I'm sorry, Roderick. Sir Maynard. You are here... Wir begehen hier keinerlei Meinheit oder so'n Bullshit. Lady Marjorie sent me to pick up the letters. Sir Maynard. Oh. The man's breath smells like a brew house. I was hoping I'd catch you at something slightly more exciting. A love letter, perhaps? Or a declaration of war. I know you're very busy with Lady Marjorie and... And all that's happening with your family. I mean, is die nicht auch irgendjemand halbwegs fittest? Hä, was ist los? Warum ist die bitte so zickig? Schön, hier an der Wall. Komm schon, jetzt ist mal wieder eine Motivationsrede. Auf geht's. Cool, schön, das Schwarz schon tragen. Jetzt gibt's richtig aufs Maul. Ja, was? Du kannst hier neu sein, aber du bist in meinem Spot. Spot. So, move. Ignore. Das können wir. Das war keine Antwort, du. Most of you will be dead within the year. Frostfinger in his bloody speeches. If you want to survive in the night watch. Listen close. You know why I got sent to the wall? The wall was erected over 8000 Jahre ago. You get us in trouble. Don't be such a bootlicker. At this girl I used to fuck now and again. Face like a queen, tits like a whore. Turned out she was married to some Lordly. He tried to stick me with this. At the bay of seals in the east. There are 19 castles. I stuck it in him instead. So next time I see him, you best fucking move. Thank you for... Don't move for once, will you? What's your problem? I'm sick of Finn bragging about all the girls he's fucked. And what diachrom are you here for? Fucking potatoes. Potatoes? Potatoes? What are you talking about? I stole them. That's what got me sent to the wall. Yeah man, it's so scheißegal. We're all here. My name's Cutter. Cutter the potato thief. There's one for the songs. Oi. My sister was hungry. I've got something for your sister. Will you stop arguing? Who in seven hells is talking back there? Tuttle? Who was it? Sorry, sir. It was my fault. Covering for your new brothers already, are you? Ja, wir sind hier schließlich eine Gemeinschaft. He wants to be a ranger. So we can go north of the wall and die on some wildlingspear. But what he wants, doesn't mean shit. So today you're all gonna show me what you're made of. Can you swing a sword? Shoot a bow? Are you strong? Klar können wir das. Auf geht's. Gib mir ne Waffe. Just survive. The rest of you. Frostfinger. Hey, cool. I need a word. Er braucht ein word? Wir brauchen das Wort. Sword. Komm schon, jetzt muss doch gleich weiter, Mann. Best Glück, Tuttle. Tuttle. Komm, lass uns Armbrust schießen. Wenn wir ein Ranger sind, müssen wir wahrscheinlich mit Armbrüsten schießen. Okay, wir machen erstmal Stopp und wir sind's in der nächsten Folge, Leute, ne? Bis dann. Ciao.